Die Startzeit können zu mir kommen, damit wir nochmal die Hand verbreiten können und dann werde ich auch die entsprechende Kammerarbeit gemacht werden. Wir zeigen euch jetzt das Startkommando. Ich werde es am Anfang nochmal kommentieren und dann sagen wir es nochmal in der Zeit. Ich werde also zunächst die Schwimmer aufrufen und dann werde ich das Kommando an die Staatsanweite geben. Hast du dich denn angemeldet? Graulschwimmen und Brustschwimmen? Bist du ein guter Schwimmer? Na dann schauen wir mal was du für Zeit hinlegst. Ja! 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 Ja Samuering Rothau und Johannes Schicht. Auf der Bahn 1 Philipp Beckner, auf der Bahn 2 Maximilian Pring, auf der Bahn 3 Jürgen Ebelein und auf der Bahn 4 Jerevina. Zeitnehmer, Stadler, bereit für die Aufmerksamkeit für die Stadt. Auf der Bahn 2 Hannes Elner, auf der Bahn 3 Paul Feuchner und auf der Bahn 4 Tim Hocher. Stadler, Freisieger, bereit für die Rufin des Stadts. Am Topfrennen, aber Paul Feulner holt auf. Paul Feulner geht an die Spitze und Paul Feulner wird als erster anschlagen. Jawohl, Sieg für Paul Feulner. Bitte für den nächsten Start, bereit für die Rufin des Stadts, wenn ich zu mir komme. Jahrgang 1999 Nabel. Sie haben von Körster, Sebastian Risch, Nico Monsers und Nico Zinsenberg. Bitte, Sieg für Paul Feulner. Der Stadt ist geglückt. Es führt noch die Bahn 2. Aber die Bahn 1, Felix Feulner, holt auf. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mal schauen, wer gewinnt. Wo bleibt die Anfeuerung? Oh, es wird spannend, es wird spannend. Wer hat den Anschlag vorne? Jahrgang 2004. Auf der Bahn 1, Ludwig am Rund. Auf der Bahn 2, die Luisa Werde von Sandhoff. Und nach der Bahn 3, Jahrgang 2003 und Jessica Bohnen-Schatz. Seien Sie in der Startzeit bereit. Bitte Ruhe für den Start. Auf die Plätze. Vanessa ist ein Jahrgang älter und gewinnt natürlich ihren Lauf. Die beiden anderen, Luisa und Julia, liegen Kopf-an-Kopf. Im Moment führt die Luisa. Nachdem areram und viele사 Uni Понitaren in der Bahn! Ver flüge-eval. Oh, fair! Was hat gewinnt? Oh, fair! Oh, fair! Wow! Oh, fair! Oh, fair! detectionstimme avaient drei Linke, der dre estimatoren wird nicht participation. Auf die Plätze! Auf der Bar 3, Alina Handliefer und auf der Bar 4, Jasmin Müller. Seitdem startet bereits Viertelur in den Start. Auf die Plätze! So, der dritte Platz geht an den Marvin Hoffmann. Der dritte Platz geht an den Noah Wünslinger. Und der dritte Platz geht an den Silas Bulgsteiner. Der dritte Platz geht an den Jonas Schmitt. Und der dritte Platz geht an den Oliver Jahr. Er ist mit einer Zeit von 28 und 52 gleichzeitig Stadtmeister in seiner Altersstufe. Auf dem dritten Platz ist der Alexander Wolper. Auf dem dritten Platz ist der Maximilian Friedrich. Der dritte Platz ist der Maximilian Friedrich. Der dritte Platz ist der Maximilian Friedrich. Vielen Dank.